Dieter, kannst du mir mal die Eier darüber reichen? Ich muss den Unlebt raten. Das würde nur ein jämmerlicher Feigling sagen. Heute Abend schaltet ihr ein und seid dabei beim Super Special Summer Slam. Seid ihr bereit für die ultimative Herausforderung? Dann los! Kommt heute Abend auf den Server der Wilden Wölfe bei dem einmaliges, spektakuläres Ereignis. Präsentiert vom Händler, von Magie und Handwerk. Könnt ihr heute bei einem eure größten Ereignisse teilhaben. Es gibt tolle Preise zu gewinnen. Also bringt Freunde mit zum Spaß haben und sie dabei zu abmetzeln. Beim heutigen Super Special Summer Slam. Ganz genau, es ist der Super Special Summer Slam. Heute Abend um 20 Uhr beginnt die Vorstellung. Und alles wird gefilmt. Finkt rein, rennt, kriecht, kämpft und gewinnt den Super Special Summer Slam. Um die einmaligen Preise zu gewinnen für die drei besten Gewinner gibt es eine tolle Belohnung. Und sie werden heute Abend geehrt. Und alles nur beim Super Special Summer Slam. Und auch heute gratulieren wir den Gubotaskind Kiana, aka Nesha, aka Negren, aka alles zu Ehren für den Super Special Summer Slam. Seid ihr dabei? Seid dabei? Es gibt kein Seid ihr dabei? Ihr seid dabei und schaltet ein auf www.twitch.tv slash Arrilla Buchstabin A-R-R-I-L-L-E-R Verfolgt alles live beim Super Special Summer Slam. Aus und verzeichen, aus und verzeichen, ja. Jeder kann gewinnen. Selbst eure Großmutter mit Arthritis, der kleine, nötige Junge von Leben an, oder auch der dünne Krüppel, der euch immer kleingelt. Ja, wer euch immer mit der Kleingeltz-Nachmache gehört? Ja, genau, das war das. Ja, zeig, super special summer slam. Macht mein Gehirn feich. Also seid gnadenlos und zeigt ihnen, was es heißt bei Super Special Summer Slam. Dabei zu sein. War wheelchair und wer Tommy von fear oder Baid oder oder tit PS と euch da